Hey und herzlich willkommen zu Part 39 von Let's Play The Sims 4 Gold Digger Challenge! Wir sind wieder zurück mit unserer lieben Familie Aloha und unserem lieben Blood. Wir alle lieben ihn und im letzten Part hat er tatsächlich, also ich weiß nicht, ob wir ihn alle lieben, aber ich liebe ihn. Und im letzten Part hat er tatsächlich JD gefragt, ob sie seine Frau sein möchte und JD hat tatsächlich ja gesagt. Ich habe kurz vergessen, dass sie ja ein bisschen bindungsphobisch ist und dass es ja tatsächlich passieren kann, dass sie den Antrag ablehnt, so wie sie es damals bei Ishan getan hat. Aber sie findet Blood eben auch wirklich toll und deswegen hat sie den Antrag natürlich angenommen. Vielleicht ist es auch der Grund, weswegen sie ihn angenommen hat, dass er eben einfach ein sehr reicher Mann ist und das findet sie einfach sehr attraktiv. Aber ist ja auch egal, was ihre Beweggründe waren, sie hat den Antrag angenommen und das ist das Wichtige. In diesem Part wird jetzt noch nicht die Hochzeit stattfinden, aber ich denke dann mal im nächsten oder im übernächsten Part schauen wir dann mal. Aber ja, heute stehen noch eine Menge aufregende Dinge an. Generell will ich die Hochzeit auch noch weiter vorbereiten. Also ich möchte das Pack so ein bisschen nutzen. Ich weiß, dass es noch mega verbackt, aber so ein paar Sachen können wir bestimmt machen, dass wir so den Kuchen aussuchen und so weiter. Das finde ich irgendwie richtig süß. Das heißt, wir werden mal nach Tartosa fliegen. Ich glaube, es hieß so, ne? Und werden uns da mal ein bisschen durch die Stadt stöbern und schauen mal, was heute alles so auf uns zukommen wird. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und let's go! Also hier vor uns sehen wir unsere wunderbare Jadie und sie hat ihr wunderbares Sommeroutfit an. Ich liebe dieses Umstelling. Ich bin noch nicht bereit für neun Mann. Also ich bin froh, dass wir es noch ein bisschen genießen können mit Vlad. Wir haben uns ja auch jetzt dazu entschieden, dass er nicht direkt getötet wird, sondern er geht in den Winterschlaf. Und ja, dann wird er hinterher irgendwann wieder zurückkehren. Also das wird auf jeden Fall eine ganz großartige Story. Ansonsten sind eigentlich alle hier so ziemlich glücklich. Ich drücke einfach mal auf Play. Hier ist also unser lieber Vlad, der hier gerade ein... Nein! Mein Gott, was ist das denn jetzt bitte? Gucci! Oh no! Wo willst du denn jetzt hin, Tino? Boy, dein Hund stirbt hier gerade. Trauer um deinen Hund. Oh mein Gott, was? Sie war doch noch gar nicht so alt. Wir haben sie doch noch gar nicht so lange. Wir haben sie doch als kleinen Babywelpen geholt. Oh no! Oh Tino, I'm so sorry. Oh man. Oh no! Mann, ich wollte heute einen lustigen, spaßigen Part haben und nicht... Den Part so beginnt, ist mir doch egal. Oh mein Gott, Gucci! Oh man, er ist so fertig mit den Nerven. Tino, I'm so sorry about that. Oh man. Oh man. Wir machen natürlich direkt eine Innschrift da rein, weil Tino würde das glaube ich wollen, dass da etwas steht. Okay, Gucci. Was sagen wir über Gucci? Steht's an meiner Seite für immer. Meine Gucci. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ich möchte gerne, dass wir einen Grabstein für sie haben. Können wir ihren Grab machen? Mann, ich wollte jetzt hier so schön den Part haben und ich... Och Menno. Okay, wartet. Wir machen ihr Grab hier hinten in die Ecke und wir machen das jetzt noch so schön. Ihr habt sehr gelacht im letzten Part, weil ich wollte einen Schachtisch kaufen und habe stattdessen ein Aquarium gekauft. Deswegen habe ich gerade gelacht, als ich die Kommentare gelesen habe und eigentlich wollte ich da anknüpfen. Und jetzt trauere ich einfach nur, weil unsere Gucci von uns gegangen ist. Och man, ey. Sorry, dass der Part jetzt so beginnt hier. Naja, aber wir suchen jetzt mal hier ein paar Sachen raus, die wir noch dazu legen können. Ich muss erstmal wieder meine Musik hier anmachen, weil ich mache die immer aus, wenn ich Thumbnails oder so mache, weil ich währenddessen noch irgendwas anderes höre und dann ist das immer so laut. Och man, okay. Ich würde ganz gerne vielleicht ein paar Blumen hier hinstellen. Ich denke, das sieht der Familie ähnlich, dass sie hier dann auf jeden Fall so eine Extravaganza draus machen, dass da so Blümchen sind und noch vielleicht solche Blümchen. Okay, das ist wirklich hässlich, aber egal. Äh, können wir... Ach nee, das ist so ein Fensterbrett, ne? Dann haben wir noch solche Blümchen. Die machen wir auch noch dahin, aber wir müssen erstmal BB Move Objects aktivieren. Hä, aber mich irritiert das gerade wirklich. Also so alt war Gucci doch noch gar nicht, oder? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ihr ging es nicht mit rechten Dingen zu. Ich weiß, dass ich es einfach nur nicht akzeptieren will, aber... Man, oh. Naja. Wir stellen jetzt hier einfach alle Blumen hin, die es gibt. Und das ist natürlich jetzt erstmal nur für den Anfang so. Hinterher werden wir dann da so ein richtiges Grab draus machen. Aber jetzt trauert die ganze Familie eben da drum und dann haben die hier so ganz viele Sachen hingestellt. Und vielleicht stellen wir da auch noch so ein Kauknochen oder sowas hin. Wait. Oder wir machen hier noch so... Oh ja, guck mal. Das sieht doch süß aus, oder? Mit dem Teppich. Man weiß jeder, dass da Gucci liegt. Oh mein Gott, das ist so traurig. Oh man, Gucci. I don't want this. Okay. Ich glaube, das reicht aber erstmal, weil ich dann jetzt eine Sekunde... Ich muss mal eben jetzt noch hier einen Schachttisch kaufen, weil... Ich bin aber auch immer... Mann, es gibt so viele Dinge zu sehen und zu kaufen und dann passiert das immer. Und ihr wollt auch noch, dass ich hier den Entspannungsstuhl kaufe. Guck mal, das ist... Es liegt nicht an mir. Hier... Ich wollte schon wieder Chat sagen, ne? Ich bin im Chatmodus. Es liegt nicht an mir, dass ich immer so abgelenkt bin. Während ich hier im Baubodus bin, fallen mir dann die ganzen Sachen ein, die ihr mir immer noch schreibt. Und dann denke ich so, oh ja, das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen. Und dann passieren Dinge. Wisst ihr? Gibt es vielleicht coole Stühle? Obwohl, die hier sind ja eigentlich ganz cool, oder? Ja, die sehen cool aus. Oder wir nehmen die hier. Die sind auch cool. Aber die passen nicht so gut zu dem Schachttisch, finde ich. Die passen besser. Okay, nice. Dann haben wir jetzt hier so einen Schachttisch. Vielleicht tun wir den noch ein bisschen weiter hier rüber. So. Und, wartet, ich will jetzt mal ganz kurz noch gucken. Ich glaube, ich weiß, wir sind eigentlich gerade im Trauermodus. Aber das hier meintet ihr, dass wir das noch holen. Relaxed und los von Fuß. Oh, warte mal. Es gibt ja noch die hier. Aber wir müssen den... Ich glaube, wir müssen den Wellnessbereich noch größer machen, Chat. Mann, ich sage schon wieder Chat. Tut mir leid. Wir müssen das, glaube ich, noch ein bisschen größer machen. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, wo... Ach nee, da ist das Grundstück ja zu Ende schon. Oh nö. Ja, dann müssen wir das irgendwie hier hinter die Sauna machen? I don't know. Das ist natürlich jetzt sehr belastend. Ja gut. Hallo? Ah, wir können das also jetzt nur noch da dran machen. Ah, das war jetzt dumm. Das war jetzt wirklich dumm. Okay, das muss ich dann nochmal richtig umbauen, glaube ich. Weil sonst weiß ich nicht, wo ich hier den Massagetisch und so hin machen soll. Also ich meine klar, das hier, ja komm, nee, dann machen wir das vielleicht weg, oder? Das werden wir eh nie nutzen. Dann machen wir das weg und machen stattdessen dann hier oben eben diesen, äh, diesen Pediküre-Stuhl hin. So. Und dann noch den Massagetisch. Wir nehmen das Teuerste, weil für uns nur das Beste. Aber warte, ich glaube, ich will den Massagetisch in die Ecke machen und den Stuhl lieber hier rüber. Warum geht es immer runter? So. Ich glaube, so ist gut. Warum ist die Musik jetzt aus? Man weiß es nicht. Machen wir das vielleicht in so einem hellen Holz. Ich glaube, das sieht doch cool aus, oder? Sieht ein bisschen deplatziert aus irgendwie, ne? Aber ich will, dass man das halt auch nutzen kann und Kästchen sagen, dass es so stehen muss, um genutzt werden zu können. Okay, dann hoffen wir mal, dass es so funktioniert. Und, ähm, vielleicht lassen wir Tino einfach jetzt einen Masseur anfordern. Ähm, so gegen die Trauer oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre etwas, was ein Loha tun würde. Wir haben im letzten Part ja auch angefangen, hier seine Musikfähigkeit auszubauen. Also er kann ja jetzt hier dieses digitale, wie heißt das? Digital-Medienproduktion, genau. Da ist er jetzt auch schon Level 2. Und hat seinen ersten Song auch schon veröffentlicht. Also, das werden wir auch angehen. Im letzten Part haben wir genauso auch hier Fotoshootings gemacht. Und da habt ihr auch geschrieben, fand ich sehr cool, dass JD ja jetzt dann nicht immer die Fotos, äh, die Selfies mit den Leuten machen kann. Also mit den Männern, die wir dann hier an die Wand hängen. Warte, wo sind sie denn jetzt? Äh, da. Sondern, dass wir wirklich richtige Fotoshootings machen. Und das, äh, finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Okay. Äh, nee, was? Ich habe im Internet einen Sim kennengelernt, der mich gerne auf dem Romantik-Festival treffen möchte. Kommst du mit, falls das irgendein Irrer ist? Äh, 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 äh? Äh, wir werden von einem Alien angerufen und gefragt, ob wir mit diesem Alien auf das Romantik-Festival kommen wollen, weil dieser Alien ein Blind-Date hat. Und dieses Blind- und der Alien ist sich nicht sicher, ob das Blind-Date irgendein Irrer ist. Hast du ihn mal in den Spiegel geschaut? Nur eine Frage. Also, nee, wir wollen aber nicht. Wir wollen ganz und gar nicht. Was wünscht sie sich denn, Schmied auch kokett werden? Oh, girl. Sag's mir einfach, äh, welche Massage du haben möchtest. Und dann geht's los. Kannst du bitte gehen? Ja. Mach dich vom Acker. Oh, jetzt hätte J.D. ja nochmal mit dem sprechen können. Ach, egal. Jetzt habe ich's verkackt. Naja, äh, Tino. Oh, no. Er ist jetzt hier nochmal zum Grab gegangen. Aber ich finde das sehr süß. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Wie gesagt, das machen wir dann auf lange Sicht zu so einem richtigen Beet, dass es so ein richtiges Grab ist. Und, ähm, das ist jetzt die frühe Trauerphase sozusagen. Okay, Tino, wir gehen hier runter und werden eine Massage erhalten. Wir nehmen die teuerste. Wir nehmen, warte mal, Aromatherapie? Nee. Wir nehmen die tiefe Massage von Arush an, bitte. Oh, ist ein Ragavan. So hieß die, ähm, wie hieß die nochmal? Von wem war die nochmal? Ragavan? War doch von Peter? Oder nee, war das die von Stefan? Oh, ich weiß es nicht mehr. Das war, das war, irgendwann hatten wir mal Sarah Ragavan. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr genau, wo sie hingehört. Ich meine, das wäre die, die Frau von, äh, Dings gewesen, von Peter. Ach, von Stefan. Seht ihr, der Ambassador kann da nämlich jetzt nicht dran. Das ist natürlich, äh, doof. Ähm, warum nicht? Muss das so rumstehen? Weil eigentlich braucht das doch nicht mehr Platz. Mano! Oder ich muss die Duschen doch wegmachen. Ich will die Duschen, aber nicht wegmachen. Äh, okay, warte mal. Ich lösche den Stuhl mal nochmal. Dann haben wir halt hier jetzt erstmal nur die Massageliege. Sieht ja auch cool aus. Ja. Mhm. Okay. So, und jetzt hätte ich gerne eine Massage. Massage erhalten. Eine tiefe Massage, bitte. Ah, sehr gut. Schicke Schuhe, Tino. Äh, so gehe ich auch immer zur Massage. Das sieht doch sehr gut aus. So habe ich mir das gedacht. Beziehungsweise so habt ihr euch das wahrscheinlich gedacht, ne? Ihr habt auch noch geschrieben, dass es super cool wäre, wenn die noch so ein Heimkino hätten. Äh, ich glaube, ich habe das Pack gar nicht installiert. Ähm, also es gibt ja dieses extra Pack dafür. Das müsste ich da noch machen. Ähm, also es gibt ja auch einen riesengroßen Fernseher. Ja, aber das wäre ja schon cool, wenn wir dann wirklich dieses Accessoire-Pack dafür nutzen würden. Das, äh, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ihr habt auch geschrieben, dass ihr es lustig findet, dass wir jetzt den Keller immer weiter ausbauen. Aber, ähm, ich meine, das muss ja auch sein. Weil wir haben ja nicht genug Platz. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist ja wirklich dürftig. Und, äh, dann habt ihr noch geschrieben, dass ihr es sehr cool fände... Oh, JD, ja. Mhm, gib alles. Dass ihr es sehr cool fände, wenn JD vielleicht Marie bitten würde, ihre Trauzeugin zu sein. Weil, ähm, wir wollen Marie ja zurück auch als Butlerin haben. Und sie bekommt das ja dann immer alles mit, was so mit JD und den Männern abgeht. Und, ähm, dann wäre es ja irgendwie voll süß, wenn sie dann immer die Trauzeugin wäre. Und, ähm, ja. Deswegen fand ich die Idee sehr, sehr schön. Dafür müssen wir aber dann Marie einmal einladen. Und ich muss halt, wie gesagt, auch immer noch die Mod installieren, dass wir sie dann selber auswählen können, dass sie unsere, unsere Butlerin ist. Und Tino wird von jemanden angerufen, den wir nicht kennen. Aber, yo, ich habe deine Jams... Was? Ich habe deine Jams gehört. Ich bin Musikproduzent beim Musiklabel Dinky Beats. Wir nehmen dich unter Vertrag, yeah. Was meinst du? Was? Also, es hört sich sehr nach Scam an. Aber, ich meine, Tino ist ja auch ein bisschen dumm. Wir wissen ja alle, dass er in der Schule nicht ganz so gut aufgepasst hat. Äh, und deswegen sagt er natürlich... Oh, krass, ey. Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay. Oh mein Gott, was? Bei Dinky Beats unter Vertrag? Ich flipp aus. Valentino wurde von einem Musiklabel unter Vertrag genommen, wodurch er höhere Tantiemen erzielt. Um die Einnahmen zu maximieren, musst du allerdings regelmäßig neue Lieder veröffentlichen. Und sei vorsichtig. Falls Valentino lange Zeit keinen Song veröffentlicht, könnte das Label ihn sogar fallen lassen. Du kannst jederzeit das Handy benutzen und dich beim Label melden, um herauszufinden, was zu tun ist und wie lange du es tun musst. Wie? Was? Ist das jetzt mein Job? What? Wait. Wo denn? Wahrscheinlich hier, ne? Bei Dinky Beats melden. Oh mein Gott, ich liebe es. Okay, ich hoffe, die Massage war großartig, Tino. Ich hoffe, dir geht es ein bisschen besser. Aber sieht so aus, ne? Ja, I know, du stinkst. Du kannst jetzt gleich mal hier duschen. Dinky Beats-Status. Bisher hat Valentino insgesamt einen Song veröffentlicht. Valentino hat drei Tage Zeit, um einen neuen Song fertigzustellen und zu veröffentlichen. Und wenn bis dahin kein neuer Song vorliegt, sieht sich Dinky Beats gezwungen, den Vertrag aufzuheben. Dinky Beats ist ja auch so ein wilder Name, ne? Naja, ach, jetzt kann er hier nicht duschen, weil das, ach man, Nina, du bist aber auch einfach eine hohle Fritte. Okay, weil diese Dusche hier, die können nicht benutzt werden, weil der Einstieg quasi gegen die Wand läuft. Dann nehmen wir jetzt einfach die Dusche von wildes Studentenleben. Wie heißt das denn nochmal? Universitätsleben. Und platzieren die dann, weil da können die dann, glaube ich, nämlich in Badesachen duschen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder, nee, wir nehmen, warte mal. Sassi-Dusche? Neblige Zeiten. Außendusche. Oder wir nehmen eine Außendusche. Ist auch cool. Ich glaube, wir können auch einfach das hier nehmen. Okay, äh, was haben wir hier für Accessoires? Ja, eigentlich macht Gold mehr Sinn, ne? Das ist so ein hässliches Gold. Nehmen wir das. Okay, so eins und zwei, warte, können die das jetzt? Das geht nach vorne. Okay, dann müsste er das ja jetzt theoretisch nutzen können, oder? Dampfen? Oh, nee, eigentlich würde ich nicht, dass so eine Dampfen... Ja, mach einfach, ist mir egal. Ah, sehr cool. Okay, das kann er nutzen. Yay! Warum sind denn alle am Schlafen? Ähm, was ist denn hier los? Ihr habt euch auch gewünscht, dass, äh, Louis auf jeden Fall weiterhin auch an seiner Gitarrenfähigkeit, ach, an seiner Geigenfähigkeit arbeitet. Und bei unserem lieben Kian habt ihr geschrieben, dass ihr es cool fändet, wenn er Gitarre lernen würde. Und da hatte ich die Idee, weil JD ist ja mit ihm so ein bisschen so, äh, ne? Dass er dann halt einfach die Gitarre von Tino bekommt, weil Tino die Gitarre ja doch nicht lernen möchte. Also er hat sich ja dann für die elektronische Musik entschieden. Und dann kann er sozusagen die Gitarre von Tino haben und JD ist froh, dass sie kein neues Instrument kaufen muss. Das fand ich irgendwie cool, die Idee. Aber wir schlafen jetzt noch nicht, weil sonst seid ihr wieder die ganze Nacht wach und das wäre äußerst fatal. Können Sie bitte etwas zu essen machen? Weil ich möchte jetzt wirklich nicht hier dieses vergammelte Monte-Christos-Sandwich bekommen. Äh, essen. Entschuldigung, ich kann nicht mehr reden. Und Louis hat jetzt wirklich die Geigenfähigkeit erworben. Er hat ja im letzten Part den Kreativitätspfad quasi erklommen. Und, nee, nicht du, du hier. Und jetzt kann er wirklich die Geigenfähigkeit freischalten. Das finde ich sehr, sehr cool. Also freue ich mich sehr drauf. Und die Fotografiefähigkeit hat er ja auch schon ein bisschen erlernt. Das ist auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, jetzt ist es erstmal wichtig, dass du was zu essen bekommst. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal hier unsere liebe Frau Butlerin darum bitten, nicht jetzt hier sauber zu machen, wo es eh sauber ist, sondern Essen zu kochen. Butler, Aufgabe, Essen kochen bitte. Obwohl, stopp. Nee, du sollst. Kann das irgendwer anders ihr sagen? Wer hat denn gerade nichts zu tun? Cash, steh mal auf. Du sollst ja nämlich auch nicht schlafen. Du sagst ihr jetzt mal, bitte, sie soll ein Familienessen kochen. Sehr gut. Dann geh doch aufs Klöchen. Oh nein, er möchte auch einfach nur ins Bett gehen und heulen. Ich muss jetzt gehen. Du kannst jederzeit wieder anrufen, wenn du eine Massage brauchst. Hör mal, das ist ja sauber. Das ist ja ein Schnäppchen. Wir müssen ja nicht mal für ihn bezahlen, sondern nur für die Massage an sich. Das ist ja wirklich toll. Aber Tino, nimm mal deine Trauer und pack sie noch in einen Song. Wir machen natürlich die Kategorie, die wir neu dazu gewonnen haben beim letzten Mal. RubaVay. Man kennt sie, man liebt sie. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall hören. Und wir können ja die Remixe machen, wie wir beim letzten Mal gelernt haben. Also das ist jetzt erstmal die Grundbasis. Und dann können wir jetzt hier den Drumcomputer hinzufügen. Ach nee, warte, hä? Ja, jetzt ist er angeschaltet. So, dann können wir die funkige Gitarre hinzufügen. Da kommt sie. Und den Synthesizer. Genau. Und den Tiefensynthesizer. Und dann klingt das Ganze doch direkt wie ein Bob, oder? Ich meine, hört sich an wie aus den 80ern, aber ist trotzdem geil. Also, ich möchte ja sagen. Oh, und Cash's Manieren reichen für den Entwerb des Merkmals gute Manieren aus. Sehr gut. Ein Very Proud. Nee, richtig am Jam. Okay, vielleicht sollten wir dann heute Marie nicht mehr anrufen. Jay, die ist jetzt auch schon ins Bett gegangen. Dann machen wir das morgen. Wir müssen auch dringend wieder für ein Casting uns anmelden. Warte mal, können wir das noch schnell machen? Vielleicht kann das dann morgen noch stattfinden oder so. Wir werden mal einmal kurz nach den Auftritten schauen. Los, gib mir was Cooles. Okay, okay, die Castings sind eh erst dann am Montag. Na gut. Egal. Wofür kriegen wir viel Geld? Das ist natürlich unsere Prio. Hä, warum haben wir nur so wenige? Naja, dann nehmen wir den Western, oder? Weil der Rest bezahlt uns ja weniger. Obwohl, da müssen wir Gitarre lernen. Ich glaube, wir nehmen lieber mit Anstalt und Würde. Da kriegen wir fast das Gleiche. Und da müssen wir nur Charisma-Fähigkeit erlernen. Und das können wir schon. Deswegen nehmen wir dann das. Buh, Louis hat Level 2 der Geigenfähigkeit erreicht. Er kann jetzt am Computer über Geige recherchieren und mit anderen Sims über Geige reden. Außerdem kann er an der Stereoanlage klassische Musik genießen. Sehr gut. Es klingt auch einfach traumhaft. Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, dass wir diesen Fisch Haribo genannt haben. Heidewitzka. Oh, und unsere kleine Victoria stinkt ganz schön. Vlad, könntest du... Oh, er geht auch um Gucci-Trauern. Das habe ich ja ganz vergessen, dass er ja auch total gerne Zeit mit dem Hundi verbracht hat. Oh, man. Ich meine, diese Familie ist ja eigentlich eine... Irgendetwas ist weg. Wir holen direkt eine neue Nachschub-Familie. Theoretisch würden die sich wahrscheinlich direkt einen neuen Hund anschauen. Einfach so, um Dinge zu vertuschen oder so zu unterdrücken, ist, glaube ich, das bessere Wort. Wir lassen Trauer nicht zu. Wir holen uns einfach einen neuen Hund. Das könnten wir natürlich auch machen. Okay, aber Tino hat jetzt Level 3 der Medienproduktionsfähigkeit erreicht. Likes zu bekommen ist nicht einfach, aber für Valentino ist das ein Kinderspiel. Er kann jetzt an der Videostation Effekte hinzufügen und Videos zusammenführen. Wir machen aber Musik. Das habt ihr mir auch geschrieben, dass ihr es cool fändet, wenn er so ein Simstagram-Sim wäre. Also, dass er dann immer so auf Simstagram posten würde. Das finde ich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Sache. Können wir auf jeden Fall auch machen. Ich glaube, wir brennen dann jetzt mal den Song. Ich finde, der klingt sehr gut. Don't go breaking my dishwasher. Wie hieß der nochmal der andere? Ich glaube, der andere Song hieß I am Tino, ne? Dann heißt der zweite Song, Goodbye. Wir machen das natürlich wieder mit den Zahlen, weil das ist unser Ding. My Friend. Also, das ist doch mega cool, oder? Goodbye, My Friend. Das ist der zweite Song, weil der Song ist dann für Gucci. Hörte sich natürlich akustisch überhaupt nicht so an, als wäre es ein Trauersong, aber Tino geht da einfach anders mit um. Und, oh mein Gott, da steht ja sogar Hashtag Traurigkeit. Oh mein Gott, okay. Wir machen Sad, Sad Boy Hour. Goodbye, goodbye, my friend. Und never forget. Okay, das sind die wichtigen Hashtags. Alrighty. Unser zweiter Song ist in der Warteschlange. Wir werden ihn nun veröffentlichen. Goodbye, my friend. Oh mein Gott. Ich steigere mich da schon wieder ein bisschen zu viel rein, dass wir jetzt hier eine neue Fähigkeit haben. Aber ich finde das voll cool. Ich finde das voll spannend. Okay, Goodbye, my friend wurde veröffentlicht. Die Musik von Valentino wurde auf dem Simifern, damit jeder, die sie hören kann, sein Label wird begeistert sein. Woo! Und er will direkt etwas auf Instagram posten, und deswegen kann er das auch direkt machen. Zu Simstagram-Story hinzufügen. Yes, boy. Sehr gut. Und jetzt ab in die Haier. Okay, äh, also Louis, du kannst jetzt wirklich aufhören, hier Geige zu spielen. Wir sind alle ganz begeistert von deinem Talent, aber hör bitte auf. Geh schlafen. Cash, was machst du so? Die sind jetzt halt alle super traurig wegen des Hundes. Bei den Männern würde ich das ja mal weglöschen, aber dass die Kinder traurig sind wegen dem verstorbenen Hund, ist das natürlich schon, also das ist ja schon sehr legitim. Oh nein, Cash, du sollst nicht weinen. Du sollst schlafen. Oh mein Gott, Vlad ist in seinem Sarg und weint. Ich flippe aus. Und jetzt geht er schon wieder zu, oh mein Gott, er geht schon wieder zu Gucci. Okay, passt auf, Leute, passt auf. Ich glaube, der einzige richtige Schritt für JD wäre, weil sie will ja, dass ihr Mann auch fröhlich ist und vor allem ja auch Tino und so, wäre, einen neuen Hund zu uns zu holen. Jetzt ist nur die Frage, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wie machen wir das? Gehen wir über den Creators? Warte mal, steh mal auf. Weil wir holen ja wieder einen Rassehund, ne? Normalerweise adoptiere ich die Hunde ja immer, aber nicht in der Golddigger-Challenge, da gibt es nur Rassehunde. Ihr habt auch geschrieben, dass ihr es cool fändet, wenn wir mal so einen Dobermann holen würden. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob wir so einen bekommen können. Ein Hundi, bitte. Okay, so eine Töle wollen wir natürlich nicht. Ihr wisst, ich liebe alle Hunde, ne? Ich meine das natürlich nicht ernst. Wir möchten einen Dobermann. Gibt es das? Dobermann Pinscher. Ist der das? Ja! Oh, aber der sieht irgendwie nicht böse genug aus. Warte mal, es gibt doch auch in der Galerie, wie heißt der nochmal? Diese Person, die macht richtig geile Tiere. Oh mein Gott, wie heißt die denn nochmal? Habe ich mir die nicht mehr auch mal gespeichert? Habe ich nicht. Hervorragend, Nina. Wie heißt die Gute denn nochmal? Das darf doch wohl jetzt nicht wahr sein. Warum fällt mir denn nicht ein, wie die heißt? Beziehungsweise warum finde ich die denn jetzt hier nicht? Pack und... Oh mein Gott. Das sieht sehr gut aus. Yes! Uh, der sieht ja schon sehr nach etwas aus, was ich mir für unsere Familie vorstelle. Oh mein Gott, die sehen so cool aus. Oh, ein Bullterrier. Okay, wait. Lass uns mal auf die Seite gehen von ihr. Katalog anzeigen. Wir wollen Animals, please. Oh, aber so ein Chihuahua ist halt auch einfach perfekt, oder? Hm, Chihuahua-Mix. Oh, die Katzen sind auch alle so süß. Oder einfach ein Tiger. Ey, das wäre auch so geil, wenn wir einfach so ein Tiger hätten. Also es gibt doch so reiche Familien. Also ihr wisst, ich bin da absolut gegen, aber es wäre schon ein bisschen witzig, ne? Einfach so ein Tiger haben. Oh mein Gott, der Gurgi. Ein englischer Bulldogger. Huskies, auch cool. Oh, ein Dackel. Oh, ein Otter. Oh mein Gott. Oh Mann, die sind alle so süß. Oh, wie cool der Fuchs auch aussieht. Mega, mega, mega cool. Wowie. Oh. Wow. Okay, aber ich glaube, sowas in die Richtung, wie ich mir gedacht habe, gibt es nicht. Scooby-Doo. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Jetzt ist die Frage, nehmen wir einen Husky? Oder nehmen wir einen Chihuahua? Ich finde, Chihuahua ist so langweilig, oder? Also nicht langweilig, ihr wisst, ne? Aber obwohl, wir hatten noch nie einen Chihuahua. Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja schon einen Chihuahua. Aber wie ist denn mal Kianas Hund? Ich hätte es vergessen. Das war ja eine französische Bulldog und kein Chihuahua. Wenn wir mal eine Katze holen, wäre das halt einfach die perfekte Katze für die. Wie so eine Sphinx. Sphinx, sagt man das so? Sphinx. Oh, Englisch Cocker-Spie. Süß. Und halt so ein Bull-Terrier ist halt auch super geil, oder? So ein komplett weißer Bull-Terrier. Ist halt ja auch ein bisschen so wie so ein Dobermann. Und nicht ganz so groß. Oder wie halt den Greyhound. Ist das ein Dobermann? Ich weiß es nicht. Aber Chihuahua ist auch süß. Sagt so ein bisschen deppert auch aus, ne? Nina, entscheid dich. Ich glaube, wir nehmen den Bull-Terrier. Der sieht schon echt cool aus. Oder? Ach so, oh. Wait. Müssen wir das mal eben. Müssen wir den Hund noch mal ganz kurz löschen. Ja. Und dann können wir den hinzufügen. So. Aber ich habe noch gar keinen Namen. Ich glaube, jetzt brauchen wir aber dann ein Männchen, oder? Look at him. Oh mein Gott, er ist so süß. Oh mein Gott, ist er süß. Können wir den auch als Welpen haben? Oh, look at dich. Oh mein Gott, ich flippe aus. No way. Okay, noch heißt er jetzt Jester. Aber das darf natürlich nicht so bleiben. Also Nachnamen heißt der Loha. Und wie gesagt, er soll ein Männchen sein, ist er. Okay, sehr gut. Wir hatten jetzt Gucci. Was wäre denn ein cooler Name für den Hund? Vielleicht so Dollar. Soll er Dollar heißen? Aber Dollar ist, glaube ich, zu wenig. Million. Soll ich ihn Million nennen? Oder wir nennen ihn Barrel. Nennt man das nicht so? Gold Barrel? Ich nenne ihn jetzt einfach mal Million. Und ihr schreibt mir dann einfach eure Namensvorschläge noch in die Kommentare. Oder ob wir ihn Million heißen lassen sollen. Aber ich ein kleines Feidy Baby. Aber braucht er auch noch... Warte mal, können wir ihm einen Halsband geben? Geht das? Wie geht das denn nochmal? Nee, stopp. Weg. Ach, kann man als Babys nicht. Okay. Dann haben wir jetzt unseren kleinen Chaisy. Warte mal, ich muss ihn nochmal ganz kurz als Erwachsenen-Hund sehen. Oh, er sieht so cool aus. Er sieht so cool aus. Okay, und er ist stur, sehr gut, freundlich und aktiv. Juhu. Oh Mann. Ich weiß, das ist noch sehr, 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 sehr früh. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Nina, der Hund ist gerade gestorben. Wie kannst du jetzt schon einen neuen holen? Aber so geht diese Familie eben mit Trauer und Verlust um. Und ich glaube, das wäre das, was JD tun würde. Der sieht so cool aus. Also, ihr müsst echt von dem Creator auch mal was runterladen. Also, I love it. I love it. Wir können auch noch einen zweiten holen. Aber wir werden keine Welpen machen, damit das feststeht. Sollen wir den überhaupt als Welpen lassen? Oder sollen wir ihn direkt als... Ne, komm. Wir lassen ihn als Welpi. Ja, wow, wow. Ja, wir haben einen neuen Welpen. Hundi. Wo ist das, mein little Doggo? Oh, hello, mein little friend. Oh, oh mein Gott. Oh, wo ist er hin? Hey, Hundi, bleib stehen. Hello, mein... Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist so süß. Oh, er will einfach direkt abhauen. Alrighty. Okay, warte, JD. Du musst jetzt den Hund holen. Hol den Hund. Einmal hochheben. Und dann musst du ihm deinen Mann bringen. Was will sie denn jetzt mit Evan? Evan kennenlernen? Äh, JD? Ich denke nicht. Nein. Und Vlad ist jetzt hier noch drüben am Grab von Gucci und trauert ein bisschen. Nee, du kümmerst dich jetzt nicht um Dings. Du musst hier um Gucci trauern. Und dann kommt deine Frau mit dem Hund hier hin. Nehm ihn auf den Arm. Und kommt jetzt mit dem Hund hier hin. Und wird Million einmal absetzen. Was macht ihr? Oh mein Gott. Nehmen sie ihn auf den Arm. Let's go. Okay. Okay, JD hat sie eben mit Million Freundschaft geschlossen. Wie schön. Und dann werden wir Million hier absetzen. Okay? Ähm, Vlad, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich, ähm, ich weiß, dass dir... Oh mein Gott, dieser Mann. Ich weiß, dass dir der Tod und der Verlust von Gucci sehr zusetzt. Deswegen, naja, hatte ich die Idee, einen kleinen Ersatz mitzubringen. Und dieser Hund hat sein Leben jetzt schon so sehr. Oh mein Gott, guckt in seine Augen. Aber Million, du wirst es gut bei uns haben. Ähm, ich verspreche es dir. Also Tiere sind bei uns immer, äh, werden gut versorgt, möchte ich sagen. Schau dir das an, Vlad. Das ist für dich. Und, äh, sie wird ihn natürlich dafür auch noch einmal ganz kurz abknutschen. Ein Kuss und ein Hund. Mehr habe ich dir nicht zu geben. Und er freut sich natürlich total und wird dann jetzt hier einmal zu dem kleinen Million gehen. Einmal loben, einmal streicheln. Und gibt es ihm vielleicht einmal ein Leckerchen. Hört auf zu reden. Wir wollen uns jetzt um den Hund kümmern. Und können dann einmal mit ihm reden. Let's go. Oh, guck mal. Lieben sie sich? Oh mein Gott, sie lieben sich. Look at that. Oh Mann, ist das süß. Das ist so, so süß. Vladislavs hat soeben mit Million Freundschaft geschlossen. Oh mein Herz. Oh mein Gott. Und er möchte gerne ein Gemälde beenden. Aha. JD, wie wäre es denn, wenn du jetzt mal schlafen gehst? Also ist nur so eine Idee. Aber du bist kein Vampir, so wie dein Ehemann. Und Kian, warum bist denn du wach? Oh, ach, da ist ein Monster. Ähm, Tino. Kannst du bitte das Monster unter meinem Bett einsprühen? Oh mein Gott. Die sind ja schon ein bisschen süß manchmal, ne? Also diese Familie ist ja an Oberflächlichkeit wirklich nicht zu übertreffen. Aber im Herzen sind sie alle wirklich füreinander da und einfach nur so süß. Es ist einfach, oh mein Gott, mein Herz. Und irgendwie erinnert mich Kian voll an. Ähm, erstmal Kevin von Kevin Allein zu Hause. Und kennt ihr im Dutzend Billiger. Da gibt es doch auch den einen. Der hat irgendwie, glaube ich, eine Spinne oder eine Schildkröte oder sowas. Ähm, und der ist auch so voll der Außenseiter von seiner Familie. Und an den erinnert er mich irgendwie, oder? Meine ich im Dutzend Billiger? Ich glaube schon. Ähm, auf jeden Fall erinnert er mich irgendwie an den. Das finde ich irgendwie richtig, richtig süß. So, und jetzt kannst du bitte dann, oh, dann schlaf halt nur. Mach halt nur Nickerchen. Tino, du musst aber trotzdem noch weiter schlafen. Let's go ho. Oh, und unser Terrorkind steht in der Küche und heult. Äh, könntest du das mal baden, Vlad, bitte? Wann hat Victoria eigentlich Geburtstag? Ach so, ich wollte ja noch gucken, wie das mit dem Namen ist. Ihr habt mir das gesagt. Ihr habt mir das ganz oft geschrieben. Und zwar drücke ich auf den Computer. Dann drücke ich auf MC Command. Dann drücke ich auf, ich glaube irgendwas mit Spiel. Nicht? Gibt es nicht. Sehr gut, Nina. Dann vielleicht MCC. Spieleinstellung. Maximale Buchstabenanzahl im Namen. Sehr gut. Gut, okay. Gerade ist die auf 14. Äh, V, I, C, O, R, I, A, Victoria, Leertaste, S, E, C, R, E, T. Das sind 14. Hä? Dann machen wir einfach mal 16. Okay. Sehr gut. So. Und jetzt gehen wir auf unsere kleine Victoria und gehen auf Kommandos. Verwalten. Zum Unbedennen. Victoria Secret. Oh, nee, nicht separate. Secret. Victoria Secret Loja. Oh mein Gott. What a name. Jetzt heißt sie tatsächlich wie eine Unterwäschmarke. Ich glaube es nicht. Unser Kind heißt wie eine Unterwäschmarke. Ei, 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 ei. Aber ihr, ihr, also ne, euer Wunsch ist mir Befehl. Oh mein Gott. Die ganze Familie hasst ihr Leben. Vielleicht machen wir dann wirklich heute einfach einen Familienausflug nach Tartosa und laden Marie eben auch dazu ein, damit wir alle auf andere Gedanken kommen. Weil wir jetzt eben alle so traurig sind wegen Gucci und wir lassen eben Vlad dann vielleicht zu Hause. Nur so eine Idee. Und vielleicht Victoria auch. Vlad und Victoria bleiben zu Hause und der Rest und Kian vielleicht auch. Ich weiß nicht, würde JD, würde Kian überhaupt mitkommen wollen? Wir gucken mal. Also, wir düsen los. JD ist jetzt voll müde. Egal. Nach Tartosa. Das ist die neue Stadt, die mit dem Hochzeitspack kam. Und wenn wir dann eben hier unten in der Innenstadt sind, dann können wir da so ein paar verschiedene Sachen machen. Die habe ich mir aber noch nicht genau angeguckt. Sondern nur so ein ganz kleines bisschen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Wie viel Uhr hatten wir jetzt eigentlich? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Naja, aber wir werden mal dann hier spawnen. Wie man das halt so macht. Oder einfach in dieser Lounge. Die kenne ich auch noch nicht. Und nehmen mit. Also, JD natürlich. Dann nehmen wir Cash mit. Valentino. Louis. Ja, und Vlad lassen wir dann zu Hause. Weil er stirbt ja sonst eh. Okay. Dann nehmen wir noch Marie auf jeden Fall mit. Weil Dinge. Okay. Der Rest bleibt zu Hause. Alrighty. Nee. Jetzt regnet es. Mann. Ich wollte diese Stadt. Ach, nö. Ich wollte die im schönsten Sonnenschein kennenlernen. Mann. Oh mein Gott, Tino. Du siehst so cool aus. I love you very much. Okay. Aber hier ist unsere Marie. Hello, girl. Vor allem müssen wir sie ganz schnell anstellen. Weil ich habe sonst Angst, dass sie mir wegstirbt oder so. Okay. Wir werden uns erst mal ganz kurz so mit ihr austauschen. Wir werden einmal sagen. Was machst du jetzt eigentlich so, seit du nicht mehr bei uns arbeitest? Ähm, und äh, ich bin eventuell, ganz eventuell schon wieder verlobt. Okay, sie ist immer noch Butler. Okay. Das heißt, wir können sie ja immer noch engagieren. Das ist schon mal sehr gut. Oh mein Gott. Äh, dann werden wir ihr jetzt sagen, dass wir verlobt sind. Und werden von der bevorstehenden Hochzeit schwärmen. Oh, Daddy kann es kaum erwarten, jedem von ihrer Verlobung zu erzählen. Das ist ihr liebstes Gesprächsthema, weil sie einfach nichts mehr für sich behalten kann. Die Hochzeitsplanung kann beginnen. Oh, sweet. Das ist ja süß. Okay, und dann müssen wir uns jetzt aber noch ein bisschen mehr so mit ihr anfreunden. Oh, wir können ihr ein Autogramm geben. Wir erzählen ihr einfach mal eine fesselnde Geschichte, wie wir Vlad kennengelernt haben. Weil sie natürlich jetzt fragt, okay, wer ist Vlad jetzt schon wieder? Warum bist du schon mit ihm verlobt? Und woher kommen diese ganzen Kinder? Und deswegen erzählen wir ihr jetzt eine fesselnde Geschichte. Und werden danach noch ein paar Fotos zeigen. Und dann hoffen wir, dass sie uns liebt. Können wir vielleicht noch ein bisschen lustig mit ihr sein? Einen schmutzigen Witz machen? Und wir machen einen Witz über die Hochzeit. Äh, Marie! Sag mal, komm zurück! Marie wird gleich da sein. Ja, will ich auch hoffen. Ah, hier ist also die Lounge. Süß. Very cute, aha. Uh, hier sind sogar Whirlpools. Was ist das hier? Ach, eine Tanzfläche. Cool. Süß. Very cute. Aber wo ist denn... Oh, Marie, jetzt komm doch bitte. I want you to be my best friend, please. Oh, Mann, oh. Ich glaube, Marie will nicht mehr kommen. Ah, no. Dann müssen wir das vielleicht wann anders machen. Aber ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Haben jetzt diese Stände hier auf? 9 Uhr. Okay, dann müssen wir noch kurz vorspulen. Aber das hat schon auf. Oh, mein Gott. Hochzeitsstraß kaufen. Ah, und hier können wir unsere... Oh, mein Gott. Unsere, ähm, unsere, unsere, unsere... Wie heißt das denn? Äh, unsere Hochzeitskleidung und so planen. Ah, heiliger Strohsack. Was können wir hier machen? Eine Hochzeitstorte und da? Ach so, da gibt es einfach Essen. Okay. Aber wir können schon mal nach unserem Blümchen gucken. Oh, mein Gott. Aber ich weiß gar nicht, was der Vibe ist von der Hochzeit. Weil ich das Grundstück ja noch nicht ausgesucht habe. Aber schwarze Rosen? Ja, bitte. Also, ist das noch eine... Das ist eine Antwort, oder? Weil wir haben ja auch gesagt, dass sie so ein schwarzes Kleid tragen soll. Sie soll kein Weiß tragen, sondern sie soll schwarz auf der Hochzeit mit Blatt tragen. Deswegen ist das sowas von gebongt. Okay, sie kriegt einen schwarzen Strauß. Und jetzt will ich noch ganz kurz gucken, gibt es auch eine schwarze Torte? Vielen Dank für den Einkauf. Du findest, äh, die von Daily gekauften Objekte, äh, in ihrem Inventar. Sehr gut. Oh, mein Gott. Die Blumen sehen... Ach, die Blumen. Die Torten sehen so cool aus. Okay, kissenförmig. Also, so eine 50-stöckige wäre natürlich optimal für die Sechseckige. Schwarze mit Flora... Äh, was ist da denn? Ist das mit Gold? Das sieht ja ultra cool aus. Mit Baummuster in Gold. Also, Baummuster ist jetzt fragwürdig, aber Gold? Hallo? Wir sind in der Gold-Digger-Challenge. Okay, Hochzeitstorte ist gebongt. Wird die schlecht? Oh, mein Gott. Tino hat für seine zweite Single 111 Simulian-Sentien bekommen. Heidewitzka. Okay, also, wir haben jetzt hier den Strauß und die Torte. Ach so, die Torte ist nur neun Stunden haltbar. Nina, das hättest du dir auch denken können. Aber dann können wir sie ja einfach nochmal kaufen. Das ist jetzt quasi so das Probeessen. Also, eigentlich hätten wir es jetzt auch einfach hier so einmal testen können, indem wir das so gekauft hätten. Aber jetzt haben wir schon mal ne Torte und nen Blumenstrauß. Kann ich das? Warte mal, kann sie das tragen? Hochzeit. Das hab ich ja alles schon völlig vergessen, dass das geht. Also, wahrscheinlich geht das nicht, weil dieses Pack einfach verbackt ist. Aber, wait. Halt den Strauß fest. Zeig mir deinen Strauß. Wait, komm mal hierhin. Let's go. I wanna see your Strauß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. J.D. Loher, du bist einfach der Inbegriff von Gold Digger. Oder Black Widow, wie man es nennen mag. Heide wird's gar. Aber, Leute, ich werde den Part an dieser Stelle mal beenden. Ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt. Ich denke, dass wir im nächsten Part dann wirklich an die Hochzeitsplanung rangehen werden. Dass wir dann in die letzten Züge gehen, dass wir ein Grundstück raussuchen. Vielleicht werde ich dann auch schon eins rausgesucht haben zu dem Zeitpunkt. Und, ja, dann geht es tatsächlich an unsere Vampir-Hochzeit. Ich bin sehr, sehr gespannt, sehr, sehr aufgeregt und freue mich auch sehr. Weil, danach können wir uns ja dann auch schon wieder ein bisschen in Richtung neuen Mann begeben, ne? Also, wie gesagt, wir werden Blatt nicht umdrehen. Er, umdrehen, genau. Werden ihn nicht umbringen. Wir werden ihn in den Winterschlaf legen. Und da wird er dann erstmal ein bisschen bleiben. Und dann gucken wir hinterher, was noch so kommt, ne? Schauen wir dann einfach. Aber, äh, ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge oder Ideen habt, schreibt sie mir, wie immer, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Vor allem auch für die Hochzeit, falls ihr da irgendwelche Aktivitäten cool fändet, die super zu denen passen würden. Oder, ähm, irgendwelche anderen Sachen. Dann schreibt mir das sehr, sehr gerne. Und natürlich nicht vergessen die Namensvorschläge für unseren kleinen Hundi. Oder ob ihr Million gut findet als Hund. Und, ähm, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass wir direkt einen neuen Hund jetzt gekauft haben. Nachdem wir, ja, äh, uns von Gucci verabschieden mussten. Aber, wie gesagt, ich glaube, dass diese Familie einfach so damit umgehen würde. Naja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wundervollen, wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi! Mua!